Willkommen zurück zu Tukain 2 Neue Rüstung Mal wieder Und wir machen jetzt das Viech Sukuwing Also go 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 Sukuwing? Sukuwing heißt das Viech Noch nie davon gehört Doch das haben... Ah ja, nee, haben wir nicht Noch nie davon gehört Supply Units Ja, ich hab ein paar Minamami... Wie heißen die Viecher nochmal? Miitama Miitama Boah, guck dir das geile Viech an, ey Ich hab bisher, glaub ich, das Ding auch noch nie gesehen Bisher hab ich das Ding auch noch nicht gesehen Zumindest aus Tukain 1 hab ich so nicht gesehen Achso Äh, ich konzentriere mich auf die Flügel Okay Ich frag mich, was das ist Mein, nach meiner AP werden? Abgezogen Ja, du hast... Du hast den Kuss mal gesagt, das heißt, dein Balken fühlt sich aber ohne dass du was machst Richtig Von oben nimmst die Anzeige an Oh, doch, warte, das ist volles Ach, die Anzeige, jetzt! Ach, die Anzeige... Ach, die Anzeige... Ja, genau die... Ich hab grad auf die blaue geachtet Nene... Aber das ist ja die super... Super-Super-Anzeige... Scheiße... Nennen wir sie einfach... Waffenleiste ist eine und das andere ist... Die Gemeinschafts-Scheiste Die Gemeinschafts-Scheiste? Waffenleiste ist eine der Ich hab mir so ein Gefühl. Und treff ich? Und die hat die Oletters Element. Ich dachte, sie ist Blitzelement. Was ist das? Ich glaub, sie ist Blitzelement. Ihre Flügel blitzen. Das klingt ja wirklich so. Au! Okay. Oh yeah! Oh yeah! Ich brauch... Alter, ich brauch irgendwas, was mir eine Ausdauer irgendwie Spook gibt oder so. Das vorige war besser. Oh. Äh, der eine Flügel ist ja schon kaputt. Sag doch was. Ja. Wird der andere jetzt ein Skiff? Ich muss die Turm mal austrummen. Oh ja, stimmt. Sollen wir auch mal machen. Also, die ist definitiv Blitzelement. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, die wandelt sich. Hier. Der Flügel ist direkt nochmal ab. Ja, boi. Jetzt kriegt sie eine neue... Galt, der nötig war zu... Langsam. Ja. Oh, du würdest sie ertreffen, ich war zu schnell. Was ist das? Was ist das? Wahrscheinlich war ich einen Tick zu schnell. Ja. Möglicherweise. Aber... Ich hab ne Idee. Äh, wieso? Das war nicht die Idee. Aber... Lauf, lauf weg. Perfekt. So. Das war wieder nicht die Idee. Ich verklick mich da und... Hallo. So, will ich zuerst das machen. Dann das. Was? Was soll ich weg machen? Flügel. Okay. Ich sammle uns schon auf. Oh. Der andere Flügel ist auch schon weg. Ich sammle. Ich sammle. Gut, probier auch aufzusammeln. Oh, er ist schon weg. Haben wir den aufgesammelt oder ist er verschwunden? Ja. Verschwunden. Er hat mir dann die Zusicht genommen. Was? Das geht auch? Ja. Wenn du zu langsam bist, nehmen sie sich mittlerweile wieder. Soll. Bis hinter. Was? Das geht auch. Maybe nicht umgellt. Jetzt sind wir uns. Oh, were они. Ich kann Ihren Flügel nicht anvisieren. Kannst du Ihren Flügel anvisieren? Also ich kann mit meinem Autoshot nicht anvisieren. Ich auch nicht. Deswegen krieg ich manuell schiefen kann ganz zurück. Ah, jetzt, 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 jetzt. Tod? Das ging schnell. Ja, schneller als der Lauter. Ja. Was ist das hier? Ach, das ist das Element wahrscheinlich. Was ist das für ein Stern da? Das ist der Geist, der erscheint manchmal. Du hast, glaube ich, einen dabei, der kommen hat. Da erscheint die Explosion. Okay, ja. Oder du hast selbst den dabei. Ja, ich weiß, was du meinst. Gut, jetzt sind wir einen Rang aufgestiegen. Dann machen wir jetzt noch eins dieser roten Missionen. Und dann sollte das, glaube ich, genügend. Okay, machen wir es so. Ja. Und Rang 4 wird übrigens deutlich schwerer. New Stamps, aber auch immer. Ah, da sind drei und drei. Okay. So. Wir können den Jollux machen. Glacia Bella. Quat Bratschung. Na, Petros. Und Pyropteryx. Oh, für was bist du? Oh, für was bist du? Petros. Pyropteryx, meinst du? Oder Petros. Nein, nein, Petros. Petros. Kennst du den? Ja, ich kenne die alle. Ja. Okay. So, dann nehmen wir die zwei üblichen mit und go, go, go. Petros. Petros. Sorti. Sorti. Ja. Petros. Ich glaube, den brauchen wir um die Wachen zu verbessern. War das ein Käse? Ja. Patros Käse? Kann sein. Aber das sagt dir auch was, Patros. Oh, ja. Puh. So viel. Da ist noch ein anderes, kleines, mittleres Monster. Dann nehmen wir das zuerst. Okay. Müssen wir hier lang. Irgendwie. Was ist das eigentlich? Wohin gehst du? Hallo. Ich kenne gerade den mittleren Gegner. Der ist doch da oben. Der ist doch da oben. Wohin. 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 Was da fein? Wohin. Guck doch mal auf der Mini Map. Alter, ich bin ziemlich. Ah stimmt, noch ein Stückler, ja. Ja, aber die kämpfen jetzt schon wirklich mit Dicken. Dann sollen sie weiter gegen ihn kämpfen. Nee, sie sind nicht. Ich frage mich, was der mittlere jetzt ist hier. Ah, wow. Oh, ich weiß nicht, dass ich ihn nicht so verleite. Das ist so cool. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Das ist aber nicht so cool. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Der ist ja vielleicht tot? Guck mal, er ist tot. Was ein Zufall. Da hinten ist er, der ist uns gefolgt. Meinst du, das ist eine bessere Arena? Ja. Ich frage mich nur, wie du auf diese Idee kommst, dass das besser sein könnte. Na, da haben wir das Petrus. Kannst du vom Pokémon die Attacke walzen? Ja. Okay, kann er. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich weiß bloß nicht, ob das er in Spitz and Press Mode macht oder jetzt schon. Ich weiß es auch nicht. Oh, wir haben schon mal was abgetrennt. Nein, sein Fuss. Sein Fuss. Äh, will der auf mich? Noch nicht. Äh, niemand sammelt's? Okay. Doch, ich sammle's. Deswegen sag es ja gerade, will der auf mich? So, hab's. Andere Spine ist weg. Okay. Oh, 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 oh. Äh, der, oh. Das war gut. Anderer Arm ist ab. Wo ist das denn? Ja, ich mach mal den Ball. Oh, oh. Ich weiß nicht, was er macht, aber es sieht nicht gut aus. Was ist eigentlich noch nicht ab von ihm? Seine Hörner. Ja, aber die kommen jetzt ab. Was ist denn bald, er muss sein Kopf zeigen? Okay. Was ist denn eigentlich die Teile aufgesammelt worden, die ich jetzt noch abgeschlagen habe? Ja, das sieht dann auch aus. Kann doch sein, dass er automatisch, oh Gott, das ist ja. Dass er automatisch aufgesammelt worden ist, weil da noch die weiße Bandung war. Okay. Ich glaube, ich sollte mich vor ihm stehen. Ah, wie kommst du raus? Das ist nur so ein Gefühl, ne? Aber ein cooler Pärte, ne? Oder ein guter Gefühl. Das ist auch ein langer Kampf. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, er dreht sich um. Leute, was macht ihr mit dem? Was macht ihr mit dem? Ich habe ihn. Ich habe ihn. gerannt meine leiste ist wieder fast voll keine waffenleiste ist meine freundschaftsleiste ist auch gleich voll weg sie ist voll probieren wir es mal aus oder soll ich warten na warte jetzt kann ich es machen jetzt soll ich es machen auf er hat wieder alles geht es auf alles ja guck doch mal er hat wieder alles nein ich mein jetzt weiß ich was du meinst mit oh mein gott ich brauche hilfe ich brauche dringend hilfe ok ok ist an mir vorbei du bist tot purify 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 ok danke ja jetzt weißt du was ich gemeint hab mit baby äh weiter lol ich hab's gemacht sein arm liegt hier ok nicht mehr Nochmal Arm ab, das ist gut. Boah, das war mal richtig episch. Das war mal A2-Angriff. A2-Angriff? Okay, das sah aus, als hätte ich das gemacht. Ich bin über ihn gesprungen, habe einen aufgeladenen Schuss an ihn. Nein, das war im gleichen Moment, habe ich ja zwei draufgeblieben. Oh mein Gott, jetzt hat er mich krass erschrocken. Hab ich seinen Rücken? Pass auf, ich versuche jetzt seinen Rücken, komm zu. Hat nicht geklappt, warum nicht? Ich dachte, es geht kaputt. Jetzt ist es kaputt. Hatten wir es. Ein bisschen verspätet. Nein, ich habe auf seinen Rücken, auf seinen Stachel hinten gezielt und nicht auf seinen Fuß. Ah, dann was nochmal. Jetzt ist es kaputt. Lol. Wo liegt es? Genau, bei ihm. Oh. Nein, doch nicht. Ich glaube, da kann den Fuß nicht mehr regenerieren. Ja, das war bei mir doch vorhin auch so. Ich weiß aber nicht, woran das lebt, ey. Ich weiß aber nicht, woran das lebt, ey. Ich weiß aber nicht, woran das lebt, ey. Okay. Als er sich gebräht hat. Okay, er rollt sich wieder. Leute, ich habe ihn zurückgerollt. Ja. Oh, wir haben ihn. Elf Minuten. Krasser Scheiß. Okay, witzig. Der war echt witzig. Und warum die sich nicht regenerieren können? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Dann sage ich erstmal Tschüss. Arrivederci. Man sieht sich beim nächsten Mal. See ya. See ya.